Jo Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Freunde, beim letzten Mal hatten wir ein paar Auseinandersetzungen mit ein paar Nebenbösewichten aus Yu-Gi-Oh! Mit ein paar kleineren Gaunern. Aber heute, heute bekommen wir es mit dem dicksten Fisch im gesamten Yu-Gi-Oh! Universum zu tun. Also zumindest im originalen Yu-Gi-Oh! Anime. Und zwar, Freunde, haben wir heute das Duell Yu-Gi gegen Bakura in Battle City. Es ist einfach das beste Duell aus der gesamten Serie. Ihr sagt, was ihr wollt, abgesehen vielleicht von dem allerletzten Duell zwischen Yu-Gi-Oh! und Atem. Aber dieses Duell, es ist einfach, es ist absolute Legende, okay? Schaut euch auf jeden Fall mein dümmste Duelle-Video dazu an. Ich kann nicht genug über dieses Duell sagen, okay? So unlogisch es an manchen Stellen auch gewesen ist, es war mega cool. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall spielen. Da war aber ganz kurz eine Sache. Und zwar, mir ist aufgefallen, ihr scheint es irgendwie zu mögen, wenn ich hier sitze und Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist spiele. Und das Ganze ist relativ leicht zu produzieren, sage ich mal. Also es ist wirklich nicht schwierig, sich hinzusetzen und ein Spiel zu spielen. Das kann man gut in den Zeitplan mit einbinden. Und ich mache das Ganze nur einmal die Woche. Ich hatte also den Gedanken, Legacy of the Duelist auf zweimal die Woche aufzustocken. Ja, lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, was ihr davon halten würdet. Ich würde das dann so machen. Also die eine Episode kommt ja quasi immer am Mittwoch. Und dass wir dann quasi noch einen zweiten Legacy-Upload für den Samstag dann einrichten. Ich schätze, dass... Ich meine, ich mache ja eh nur drei bis vier Videos die Woche. Wieso dann nicht noch ein weiteres? Keine Ahnung. Also das sollte auf jeden Fall klargehen. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, ob ihr das gerne so haben wollt. Oder ob ihr sagt, nee, lieber nur einmal die Woche. Das ist besser, aus welchen Gründen auch immer. Ja, lasst mich das auf jeden Fall wissen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auf jeden Fall mit dem Duell, Freunde. Gar keine großen Umschweife. Wir starten mit dem Duell Yu-Gi gegen Bakura. Und... Ich bin auf jeden Fall auf die Story-Decks gespannt, okay? Ich bin gespannt, ob sie hier die Decks genauso wie im Anime gemacht haben. Oder ob hier Bakura wieder irgendwas dazu bekommen hat, was eigentlich gar nicht da gewesen ist. Aber dieses Deck von Yu-Gi sieht auf jeden Fall schon mal sehr... Anime-getreu aus, sage ich mal. Und ich habe wieder den Fehler gemacht, anzufangen. Obwohl ich das eigentlich nicht will. Aber egal. Wir haben fünf Karten gezogen, mit denen wir absolut nichts anfangen können. Äh, ja. Bakura ist am Zug. Mal schauen, was er als... Oh mein Gott! Er spielt als erstes Geheimnis des Porträts. Das ist einfach genau wie im Anime. Er hat da auch als erstes Geheimnis des Porträts gespielt. Jetzt müsste ich Gazelle ziehen, das würde passen. Das wäre einfach optimal. Und... Äh... Nicht ganz, okay. Äh... Ich setze einfach mal magische Hüte. Ich meine, äh... Ich kann damit gerade sowieso noch nichts tun, aber... Ja, egal. Was soll ich damit auf der Hand, ne? Mal schauen, was er noch macht. Er spielt einen Monster verdeckt, okay? Und, äh... Er greift nicht an. Sekunde mal. Er greift... Er greift nicht mit seinem Geheimnis des Porträts an. Wahrscheinlich jetzt, weil ich eine verdeckte Karte habe. Macht die ihm so sehr Angst. Aber er dreht's auch nicht in Death. Er lässt es im Angriffsmodus. Das ist ziemlich Anime-getreu. Das ist einfach... Ich meine, es ist genau so im Anime gewesen. Da hat Bakura seine Monster aus irgendeinem Grund auch im Angriffsmodus gelassen. Obwohl seine Taktik auch funktioniert hätte, wenn er sie einfach in Death gedreht hätte. Irgendjemand hat in die Kommentare geschrieben, dass wohl im Manga es so gewesen ist, dass die Monster von Bakura im Angriffsmodus zerstört werden müssen, damit der Effekt seiner, beziehungsweise die Beschwerungsbedingungen seiner finsteren Todesangst funktioniert. Falls es so ist, dann, äh... Nehme ich meine Aussage, dass das Ganze unlogisch im Anime gewesen ist, doch nicht zurück, denn das wurde im DUB nicht erklärt. Also... Ich handel über euch. Deutsches Synchronstudio. Ja, wie auch immer. Wir haben den wilden Kobold gezogen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, entweder den zu beschwören und zwei Monster auf dem Feld zu haben. Oder das Ding hier zu opfern für schwarzes Magiermädchen, was ich mit Zauberformel ausrüsten könnte. Welche, im Gegensatz zum Anime, 700 Angriffspunkte und nicht 500 Angriffspunkte dazu gibt. Aber... Neh, ich glaube, ich spiele erstmal wilder Kobold. Erstmal ein paar Monster aufs Feld kriegen. Es kann gerade sowieso keiner von uns beiden angreifen, von daher geht das auf jeden Fall klar. Also ich kann natürlich auch mit Wiedergeburt sein Geheimnis des Portraits zurückholen, aber die will ich mir für später aufheben. Er spielt zu viele Monster verdeckt. Oh, okay, er spielt Sanghan. Was ihm jetzt ehrlich gesagt nichts gebracht hat, aber okay. Ich meine, er kann ja selbst nicht angreifen. Also sonst könnte er vielleicht in eins meiner Monster rennen und sich was suchen, aber... Naja, wir haben Gazelle, König der mystischen Bestien. Sorry, der mythischen Bestien. Aus irgendeinem Grund heißt er im Anime König der mystischen Bestien und im Kartenspiel König der mythischen Bestien. Ich meine, das ist nicht mein Problem. Ich wünschte, wir hätten statt Alpha den Magnetkrieger, Gamma den Magnetkrieger, denn Yugi hatte auch im Anime Gazelle und Gamma den Magnetkrieger auf dem Feld. Ihr merkt schon, im Gegensatz zu den ganzen anderen Duellen, die wir bisher hatten, kenne ich mich mit diesem Duell ziemlich gut aus. Okay, ich habe es bestimmt zehnmal oder so gesehen. Also ich habe es wirklich sehr, sehr oft gesehen, weil es einfach eins meiner Lieblingsduelle ist. Äh, ja, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich in diesem Zug nicht angreifen konnte. Also komm schon, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was er macht. Müsste er nicht mal langsam irgendwie Schicksalstafel ziehen oder so? Äh, oder irgendetwas, was ihm irgendwas bringt? Wozu hat er gerade Sanggan geflippt und hat ihn jetzt einfach in Death gedreht? So, das macht halt einfach gar keinen Sinn. Aber, na gut. Okay, was machen wir jetzt? Er dürfte einige schwache Monster haben. Er müsste Erdgeist haben, der 2000 Death hat. Also die Gefahr besteht, dass ich da reinrenne und ihn nicht zerstören kann. Aber ansonsten dürfte er... Ich glaube, dieser grausame Geist der geflohenen Träume hat 1800 Death. Kopfloser Ritter hat auch 1700 Death, glaube ich. Okay, seine Monster haben relativ hohe Death. Ähm, das bedeutet, ich sollte vielleicht eine Tributbeschwörung machen. Weil die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass ich über mindestens eins seiner Monster nicht drüber komme. Also, opfern wir nach, äh, nach Adam Riese, wilder Kobold. Denn der hat, äh, mit 1300 die geringsten Angriffspunkte. Dann war wieder die Animation des schwarzen Magier-Mädchens. Ich sag euch ganz ehrlich, wenn das jetzt jedes Mal kommt, dann hab ich wirklich keinen Bock darauf. Ähm, also, wenn das einmal pro Duell kommt, ist das okay. Aber stellt euch mal vor, man beschwört die halt einfach mehrmals oder so. Und, äh, dann kommt das einfach jedes Mal. Das wär ein bisschen nervig. Äh, aber trotzdem cool gemacht. Besser als gar nichts. Äh, greifen wir sein verdecktes Monster an. Und er aktiviert die Fallenkarte Finsterer Geist der Stille. Was genau hat das jetzt gebracht? Was, was genau hat das jetzt gemacht? Ich mein, es war Jogen der Spiritist. Absolutes Spellbook-Staple. Also, ich mein, ihr müsst euch vorstellen, Jogen ist einfach eine Karte, die sowohl in meinem Lieblingsdeck als auch in meinem liebsten Duell vorkommt. Also, Jogen ist einfach eine der besten Karten im gesamten Spiel, okay? Obwohl die so gut wie niemand kennt. Aber was hat es ihm jetzt gebracht, äh, dass ich statt mit Gazelle mit Alpha angreife? Denn, äh, der hat auch einfach jetzt das Monster zerstört. Also, ist halt egal. Reden wir nicht drüber. KI ist manchmal ein bisschen random in diesem Spiel. Und genau das ist, was ich meine. Erdgeister 2000 Dev. Hätte ich mal schwarzes Magiermädchen mit Zauberformel ausgerüstet, hab ich vergessen. Ich sollte nicht so viel reden und mich mehr konzentrieren. Äh, by the way, einige Leute haben mich so in den Kommentaren drauf angesprochen, so, yo, du hättest den und den Zug machen können. Und das war eigentlich nicht so schlau. Und, äh, du hättest es lieber so und so machen können. Du hättest viel früher gewinnen können und so. Und das stimmt auch. Also, ich mach, äh, durchaus einige Fehler hier, äh, wenn ich, wenn ich hier spiele. Das liegt aber auch daran, dass ich mich schwer drauf konzentrieren kann, sowohl, äh, zu sprechen, also unterhaltsam zu sein und, äh, gleichzeitig auch zu spielen. Also, weil, äh, ich mein, selbst wenn man jetzt nicht die aktuelle Meta spielt, so die krankesten Kombos und so weiter macht, ist es trotzdem noch einigermaßen kompliziert. Beziehungsweise, wenn man halt nicht nachdenkt, dann trifft man einfach in dem Moment falsche Entscheidungen und, äh, deswegen, deswegen passieren manche Misplays, okay? Also, sorry dafür, aber ist halt so. Äh, das Ding, wenn es als Normalbeschwörung beschworen wird, dann, äh, kann er ein Monster wählen und das wird nach der dritten Standby-Phase der Aktivierung des Effekts zerstört. Okay, und er kann nicht durch Kampf zerstört werden, solange jetzt quasi das schwarze Magiermädchen auf dem Feld liegt. Ich mein, okay, aber, äh, tja, also ich schätze, ich opfere dann einfach das schwarze Magiermädchen für, äh, für Busterblader. Also, ich schätze, das macht Sinn. Äh, und dann holen wir sie einfach mit Wiedergeburt zurück. Und da wir jetzt mittlerweile zweimal Zauberformel haben, hat sie dann 3400 Angriffspunkte. Na, ist es auf jeden Fall ganz gut. Es kommt jedes Mal. Es kommt einfach jedes Mal, okay. Äh, naja, also solange wir im Story-Modus spielen, dürfte es keine Karte geben, die wir jetzt irgendwie fünfmal pro Zug beschwören oder so, von daher ist es schon okay. Ich mein, es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie irgendwelche kranken, unfairen Loops gibt oder so, ne. Deswegen dürfte das, äh, kein Problem sein. Äh, jetzt müsste ich das Ding eigentlich zerstören können, weil schwarzes Magiermädchen hat ja zeitweise das Feld verlassen. Also, greif sein, greif sein Ding an. Okay. Äh, Busterblader greift den Erdgeist an. Und, äh, du das verdeckte Monster. Was noch ein weiterer Erdgeist ist, lol. Äh, okay. Wir dürften dieses Duell so gut wie in der Tasche haben, es sei denn, er hat jetzt irgendwie so ein random Raikiki oder schwarzes Loch oder Spiegelkraft oder so. Das wäre, das wäre nervig. Aber, das dürfte nicht passieren. Er spielt nur Monster verdeckt, okay. Ich find's ein bisschen schade, dass er die Schicksalstafel gezogen hat oder die finstere Zuflucht. Das hätt's vielleicht ein bisschen interessanter gemacht. Aber, ich mein, na gut. Ähm. Hm. Ich überleg grad, ob mystische Boxen macht, aber nein, macht es nicht. Also, klar, ich könnte halt sein verdecktes Monster zerstören. Aber solange das jetzt kein, keine Ahnung, keine Cyberdose oder so ist, dürfte mir das nicht großartig schaden. Äh. Also, greifen wir das einfach mal an. Okay, es war der, es war der grausame Geist in flohender Träume. Und dann schwarzes Magiermädchen mit 3400 Angriffspunkten und dann mit, äh, Gazelle mit 1500. Also, dieses Duell dürfte entschieden sein. Geh ich jetzt einfach mal stark von aus. Man muss tatsächlich sagen, dass Bakuras Deck, solange er nicht die finstere Todesangst zieht, wirklich, äh, gar nicht so, also wirklich gar nicht so gut ist, um ehrlich zu sein. Äh. Ja. Äh. Ich würde sagen, greifen wir mit Busterblade an. Das müsste reichen, um sein verdecktes Monster zu zerstören. Ist einfach der dritte Erdgeist. Imagine, ich hätte jetzt nicht die beiden Tributmonster gehabt. Ich wäre nicht über das Ding drüber gekommen und er hätte es einfach dreimal gehabt mit 2000 Death. Äh, 3400 Angriffspunkte. Das reicht genau, um seine Lebenspunkte auf null zu bringen. Und, äh, wir haben es geschafft. Wir haben Bakura besiegt, Freunde. Das ging, das ging schneller, als ich es erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Äh. Ich dachte, das, ich dachte, das würde krasser werden, aber. Ich meine, immerhin, okay. Ich meine, äh, wir haben, wir haben es geschafft. Äh, das Erwachen des Bösen, Joey gegen Odeon. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt glauben noch alle, er sei Marek. Äh, das nächste, das nächste Duell müsste dann aber der richtige Marek sein gegen Mai. Lol, ist es nicht. Hä? Äh, kam, kam das nach dem Duell von Kaiba und die Shizu, oder? Hä? Wieso fehlt das denn? Also, wenn ich mich recht entsinne, wir, also, ich überspringe ja immer die Story, äh, Dialoge und sowas. Weil es einfach, also, ich meine, wir wissen eh alle, was in der Story passiert ist, oder es wäre unnötig, also, es wäre Zeitverschwendung. Aber, also, das erste Duell im Battle-City-Viertelfinale haben doch Yugi und Bakura bestritten. Und danach kam das Duell zwischen Joey und Odeon, beziehungsweise Marek, in Anführungsstrichen, wenn ich mich recht entsinne. Danach kam aber das Duell zwischen dem richtigen Marek und Mai. Und da hat sich dann auch herausgestellt, dass Marek tatsächlich Marek ist und, äh, nicht irgendein Dude namens Namu oder so. Äh, und, äh, danach kam das Duell Kaiba gegen Ishizu, wenn ich mich recht entsinne. Warum hat man das Duell Mai gegen Marek ausgelassen? Ich meine, nicht, dass ich mich beschweren würde, dass ich ein Duell weniger mit der Beteiligung von Mai Valentine hätte. Aber, also, bei einem Viertelfinale macht es Sinn, wenn man dann halt vier Duelle hat, so, keine Ahnung, wieso man das auslassen muss. Ist ja auch egal. Wir spielen jetzt das Duell Joey gegen Odeon. Äh, Odeon war der Typ, der Fallenmonster benutzt hat. Also, Verkörperung von Apophis und so weiter und so fort. Und, äh, den geflügelten Drachen des Ra. Ja, aber nur, nur ein Fake-Ra. Soweit ich mich erinnere. Äh, ja. Ich glaube, es war, also, wenn ich mich recht entsinne, war es am Ende des Duells so, dass Odeon den Fake-Ra gespielt hat und damit den Zorn des richtigen Ra's auf sich gezogen hat. Und danach irgendwie im Koma gelegen hat. War es so? Ich glaube, es war so, oder? Ähm, er spielt Gold-Sarkophag und verband sich elegante Wohltäterin. Ich mein, klar, also, ja, ist ganz nett, aber du gehst minus eins um dir. Ja, egal, lassen wir das. Äh. Er wird halt safe ein Fallenmonster haben. Also, das ist halt, das ist halt 100% sicher. Ich beschwöre einfach mal kleiner Flügelbewacher und guckt, was passiert. Sollte er ein Fallenmonster beschwören, kann ich ja immer noch den Angriff abbrechen. Ähm, ich will meine Riesentronade jetzt noch nicht verschwenden. Tiki-Seele. Das Ding hat 1800 Death, okay, da komme ich natürlich nicht drüber. Und nein, ich möchte natürlich nicht weiter angreifen. Zum Glück habe ich so ein paar Traps. Also, sollte er im nächsten Zug mit irgendwas angreifen, dann habe ich immerhin eine Sakuretsu-Rüstung. Dieser Moment, dieser Moment, wenn man die Falle einfach nicht in die Zone der gegnerischen Backrow setzen will, weil man Angst vor Impermanence hat, aber dann fällt einem auf, okay, man spielt, man spielt Yu-Gi-Oh! Anime Story-Duelle nach. Äh, ja. Äh, Endphase, dann kommt der Effekt von kleiner Flügelbewacher, können wir den Death drehen. Macht auf jeden Fall Sinn. Zug ändern. Draw-Phase. Ach, nee, jetzt werde ich wieder tausendmal gefragt, ob ich, äh, den Würfel aktivieren will. Will ich nicht, aber egal. Sumpfspiegler? Was ist das denn? Es ist halt auch ne, es ist halt auch ne, es ist auch ein Fallenmonster, aber man kann sich halt das Attribut aussuchen und den Typ, okay. Ich mein, also, meinetwegen. Also, okay. Imagine, die hätten sich einfach so einen Spaß erlaubt und hätten sich gedacht, okay, Odion spielt ja Fallenmonster, geben wir ihm einfach endlich, das passt schon. Äh, also, als das Spiel rauskam, gab's endlich noch nicht, aber die Karten gibt's, glaub ich, mittlerweile in dem Spiel, es hat ja ein Update. Äh, wie viel Death hat das Ding? Tausend, das heißt, ihr könnt jetzt mit Schild und Schwert über das Ding drüber rennen. Äh, werde ich das tun? Ich, ich denke schon. Ich mein, ich könnte's auch mit Zauberer der Zeit riskieren, aber wollen wir das wirklich? Nein, das wollen wir nicht, oder? Äh, also aktivieren wir einfach Schild und Schwert. Dann, äh, kann ich über seinen Sumpfspiegler drüber rennen mit, äh, kleiner Flügelbewacher. Und, äh, kleiner Flügelbewacher hat für den Story-Modus einen ganz okayen Effekt, wie ich finde, weil du kannst halt angreifen und danach dreht er sich halt in Depth und dadurch hast du halt ein bisschen mehr Schutz. Ach ja, Tiki-Seele setzt ja die Fallenmonster wieder verdeckt, ne, so war das genau. Ähm, also ich finde, ich finde, es ist halt, es ist halt okay, es ist natürlich jetzt kein krasser Effekt, aber es ist ganz okay, dass er sich in Depth trägt, so. Für den Story-Modus ist es, ich, also es ist okay, es ist ein akzeptabler Effekt, ja. Äh, Tiki-Seele ist übrigens eine Karte, gegen die habe ich zuletzt gespielt in, äh, Yu-Gi-Oh! World Championship 2011. Okay, das ist jetzt zehn Jahre her. Also, das Spiel habe ich zuletzt, äh, vor, also jetzt nicht vor zehn Jahren gespielt, aber zu der Zeit habe ich das Spiel am meisten gespielt. Ähm, Tempel der Könige sagt, er kann eine Fallenkarte in dem Zug aktivieren, in dem sie gesetzt wurde. Ich glaube, mit dem alten Effekt konnte man so viele Fallenkarten, wie man will, aktivieren, in dem Zug, in dem sie gesetzt wurden. Also, wenn, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ja. Ähm, also ich könnte jetzt natürlich Riesentronade benutzen, das Ding ist halt, es würde mir nicht viel bringen, so, weil dann setzt er halt alles wieder und, also, ja, das war's dann so, ne. Ähm. Ähm, ich schätze, ich warte einfach, also, ich warte einfach ein bisschen, bis er irgendwas macht, beziehungsweise, bis ich irgendwas Besseres ziehe, weil, äh, Zauberer der Zeit, also, gefällt mir gerade nicht so wirklich, um ehrlich zu sein. Also, ich will, ich will es wirklich nicht riskieren. Ähm. Ja. Und viel bessere Optionen habe ich halt nicht. Und Riesentronade wäre jetzt verschwendet. Also, ich warte mit Riesentronade, bis ich ihn OCK'n kann. Dann lohnt es sich erst wirklich. Ähm. Ja, es passiert aber nicht wirklich viel. Ich hab mir schon gedacht, dass das Duell gegen Odeon ungefähr so aussehen dürfte. Denn Joey hat wirklich nicht die stärksten Monster. Also, also, alleine von den Angriffspunkten her hat er wirklich nicht die stärksten Monster. Und auch die Effekte sind halt, ich mein, Zauberer der Zeit. Es ist eine ikonische Karte, aber, Bro, es ist, es ist Zauberer der Zeit, so, ne. Also, da passiert halt nicht viel. Äh. Beziehungsweise, das Risiko ist zu groß, als dass man ihn immer einsetzen könnte. Ähm. Ich greife mal sein verdecktes Monster an. Mal gucken, was das ist. Katze des Unglücks. Äh. Das legt ihm eine Falle aufs Deck. Magischer Armschild. Ich glaube, die hat er, hat er die sogar im, im Anime benutzt. Ich glaube schon. Äh. Ja. Jetzt warte ich einfach, dass er in der nächsten Runde mit seinem Fallen Ding angreift und dann aktiviere ich Sakuretsus. Ich mein, das, das sind die Plays, okay. Äh. Resettet das Ding auch, wenn, äh, wenn sie durch Karten-Effekt zerstört werden? Solange diese Karte ein Effekt-Monster ist, falls eine andere Fallenkarte, die du kontrollierst und die ein Monster ist, durch eine Karte deines Gegners, entweder durch Kampf oder durch einen Karten-Effekt zerstört und auf den Friedhof-Gläfe kann sie sich halt jetzt in die Zauber- und Fallenzone setzen. Okay. Also, er kann sie grad sowieso nicht in die Zauber- und Fallenzone setzen, weil er da ja zu viele Karten schon liegen hat. Deswegen, Sakuretsus-Rüstung geht auf jeden Fall durch. Das ist ein Fallen-Monster weniger. Aber er wird sowieso noch welche beschwören, also. Also, ein Baby-Drache wäre schon ganz cool, so, ne? Dann könnte ich halt wenigstens fusionieren. Legendärer Fischer, 1850 Angriffspunkte, Freunde. Äh, 50 mehr als seine Tiki-Seele, also das passt schon. Äh. Sekunde, ich überlege grad, ob ich das, ob ich das grad wirklich machen will. Äh, ich glaub, ich glaub, ich sette erst mal einen Zauberer der Zeit. Weil, äh, ich geh nicht davon aus, dass er im nächsten Zug angreifen wird. Er hat jetzt zwölf Spielzüge lang nicht angegriffen. Ich glaub nicht, dass er, äh, dass er im nächsten Zug angreifen wird. Und dann opfer ich einfach den Zauberer der Zeit, weil die anderen beiden Monster sind grad wertvoller. Äh. Äh, ja. Also, ich glaub, ihr könnt das nicht sehen, weil meine Facecam da drüber ist. Aber ich kann sehen, wie viele Spielzüge wir schon gespielt haben. Also, wundert euch nicht deswegen. Ähm. Ja, okay. Wie ich's mir gedacht hab. Also, opfern wir den Zauberer der Zeit. Für legendärer Fischer. Und, äh, ja. Also, ich würd's sagen, greifen wir an, ne? Ich bin mal gespannt, ob er irgendwelche Fallenkarten hat. Die er jetzt auch aktivieren kann. Also, die keine Fallenmonster sind. Tiki-Seele ist auf jeden Fall weg. Das ist schon mal gut. Damit kann er seine Fallenmonster nicht resetten. Phantom des Chaos. Das Ding kann Effekte kopieren. Soweit ich weiß. Also. Ich glaub, äh. Die war zuletzt in dem Sacred Beasts Structure Deck drin. Wenn ich mich recht entsinne. Ich mein, ich hab sogar ein Video zu dem Deck gemacht. Ich müsste mich eigentlich dran erinnern. Aber das ist jetzt auch schon wieder Monate her. Äh. Gerade sind wir in einer ziemlich komfortablen Situation. Ich hoffe, es bleibt dabei. Ich weiß nicht, warum er seine Fallenkarten nicht aktiviert. Vor allem hat er Tempel der Könige. Er könnte sogar Fallen quasi von der Hand aktivieren. Beziehungsweise dem Zug, in dem sie gesetzt werden. Aber. Es ist nicht mein Problem. Es ist nicht mein Problem. Ich bin bei Hayabusa-Ritter. Ähm. Kleiner Flügelbewacher in Angriff. Jetzt kommt die Angriffswelle, Freunde. Wenn er jetzt mit seiner Spiegelkraft gewartet hat, um alle meine Monster zu zerstören, dann. Dann, äh. Dann boxe ich meinen Stuhl um, okay? So wie Triff Gaming es in jedem einzelnen seiner Videos macht. Okay. Katze ist unglücks. Legt ihm eine Falle aufs Deck. Aber ich meine, er hat doch... Also... Ich werde irgendwie nicht schlau aus diesem KI-Odeon, okay? Ich werde einfach nicht schlau aus ihm. Er hat irgendwie vier Sets und er macht nichts. Also ich würde wirklich gerne wissen, was er da gerade verdeckt hat. Ich würde wirklich gerne wissen, was er da Set hat. Was er nicht aktivieren kann. Obwohl ich angreife, Monster beschwöre. Ich meine, irgendwas muss er doch mit seinen Karten anfangen können. Als ob er vier Sets hat und keine einzige aktivieren kann. Wobei, seien wir mal ehrlich, also wie oft war ich schon in der Situation im Story-Modus, dass ich vier oder fünf Karten-Set hatte und keine einzige aktivieren konnte, weil es irgendwie vervielfachen und Polymerisationen und Diffusionen sind und... Keine Ahnung, okay? Sein Topdeck dürfte ihm jetzt auch nicht viel helfen. Er kann ihn ja sowieso nicht verdeckt setzen, also... Das war jetzt kein sonderlich aufregendes Duell. Es war eher ein Warten, bis ich ein Monster ziehe mit mehr als 1800 Angriffspunkten. Und dann kam legendärer Fischer. Die Karte, die er von Markus Tsunami bekommen hat. Und wir haben gewonnen. Das war's, Freunde. Das waren zwei Duelle auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, für ein weiteres Duell reicht die Zeit nicht. Aber wir können auf jeden Fall noch ein paar Packs öffnen. Das geht immer ein bisschen schneller. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür wir das tun. Weil im Endeffekt werden wir die Karten sowieso so gut wie nie einsetzen. Aber es ist interessant zu sehen, was wir ziehen würden. Kraft der Magie, okay. Zweimal Dynamis, finstere Hexe aus demselben Pack. Das ist auf jeden Fall was. Berserkion, Elektromagnetkrieger. Keiner mag dich. Keiner mag dieses Magnetkrieger-Structure-Deck, okay. Es kam zur selben Zeit raus wie das ABC-Deck, glaube ich. Und ich meine... Ja, habt ihr jemals Magnetkrieger in der Meta gesehen? Nein, ABC schon. Also, äh... No Front an die Magnetspieler da draußen. Ich bin auch ein großer Fan der Magnetkrieger, aber der Oldschool-Magnetkrieger natürlich. Ähm... Kaufe mal ein paar Packs von Seto Kaiba, da sind wenigstens die ABC-Karten drin. Und Donnerdrache. Und Waking the Dragon. Und Donnerdrachengebrüll. Thunder Dragon. Sagt ihr mit Thunder Dragon die Story durchspielen? XY-Kanonendrache. Warum nicht XY... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist der weiße Drache mit eiskaltem Blick. Und Freunde, an der Stelle muss ich etwas loswerden. Ich muss etwas loswerden. Ich kann nicht nachvollziehen. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie man dem weißen Drachen mit eiskaltem Blick... Ja, so heißt er. Er heißt nicht blauäugiger-weißer-Drache. Wenn ihr blauäugiger-weißer-Drache sagt, dann schämt euch gefälligst. Geht in die Ecke und schämt euch. Wenn ihr Blue Eyes sagt, dann ist es noch schlimmer. Es ist der weiße Drache mit eiskaltem Blick, okay? Und nichts anderes. Egal. Um zum Punkt zu kommen. Wie konnte man dieser Karte dieses Artwork in diesem Spiel geben? Warum hat man das getan? Warum? Also, real talk. So, wer hat was davon? Warum hat man das gemacht? Warum hat man nicht das Anime-Artwork genommen? Ich meine, das ist doch einfach das mit Abstand beliebteste Artwork von allen. So, selbst unter den Competitive-Spielern ist das Anime-Artwork das beliebteste. Und unter den Casual-Spielern ist das Anime-Artwork, würde ich jetzt einfach mal behaupten, auch das beliebteste. Also, das ist natürlich Geschmack. Es liegt im Auge des Betrachters. Natürlich wird es auch genug Leute geben, die dieses Artwork feiern oder andere Artworks feiern. Aber ich zum Beispiel, ich feiere einfach das Anime-Artwork am meisten. Also, das, wo der weiße Drache gefühlt aussieht wie so ein Baby. Und, äh, so. Ich bin mir sicher, dass die meisten Spieler das genauso sehen. Warum hat man das? Vergessen wir es, okay? Ich habe nämlich herausgefunden, dass man von jeder Karte in diesem Spiel nur ein Artwork haben kann. Also, es ist nur ein Artwork einprogrammiert. Und da frage ich mich, warum man nicht die oldschool, originalen Artworks benutzt hat. Vor allem, Digga, es gab halt Yu-Gi-Oh!-Spiele im Jahr 2007 oder so, wo es einfach die unterschiedlichen Artworks der Karten gab. Und hier in diesem Spiel, so, welches wir jetzt im Jahre 2021 spielen, da gibt es das nicht. So, ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr nicht die Kapazität hattet, das mit einzuprogrammieren. Es wäre kein Problem gewesen, okay? Äh, ja. Ähm. Thunder Dragon Dark. Spiegelkraftdrache. Okay. Ich würde sagen, belassen wir es dabei, Freunde. Das war's mit der heutigen Episode von Legacy of the Duelist. Lasst mich auf jeden Fall wissen, ob ihr jede Woche zwei Teile davon sehen wollt oder ob ihr sagt, ich bin mit einem zufrieden. In dem Sinne, Freunde, falls euch das Video gefallen hat, dann aktiviert eure Geräte-Zauberkarte, den Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.